Hanno, ey, du da drüben, ich hab nen Auftrag bekommen von Semrau. Wo ist denn dein Gewehrsoldat? Hier, warte, hier. Ich hab nen Auftrag von General Semrau erhalten. Du siehst ja, ich hab nen Sniper von ihm in die Hand gedrückt bekommen mit den Worten, Bruder mach mal. Bruder, mach los. Wir stellen uns hin, du hast ja nen Fernglas bekommen per Brieftaube. Ich hab die Optik. So, du hast die Optik, ich hab die Sniper. Genau, so heißt das Ding. Soldaten, hier spricht Semrau. Ihr habt überall verkackt, wo man verkacken kann. Deshalb schicke ich euch mit so nem Kack-Sniper und nem Fernglas an die Front. Nett von ihm. Knallt einfach ein paar Leute ab. Am besten, keine Ahnung, sucht euch nen Kirchturm oder so. Das ist der Auftrag. Wie in nem Film also. Genau. Mich in den Kirchturm rein, 50 Ziele rausschalten, gewinnen. So, das ist jetzt unser Auftrag. Abfahrt. So, ich nehm hier noch nen Steak mit. Oh, dann wackeln wir uns. Oh, das ist ein sehr hohes Gebäude. Sterzig, ich glaube, das ist dreistöckig. Da müssen wir rein. Boah, ist das lecker. Okay, mir nach Sterzig. Ich glaub, die Luft ist rein. Bist du bei mich dran? Ich bin bei dich dran, direkt hinter dir. Boah, ist aber Luxus hier. Ich check mal das nächste Gebäude aus. Das sieht auch schmacko aus. Sterzig, hier kommt ein Gegner. Warte. Hab ihn, hab ihn. Ist tot, ist tot. Erbein. Abschluss bestätigt. Pass auf. Ich bin ja hier derjenige, der die Route entscheidet und du knipst die Leute aus. Aha, aha. Also dann komm mal zu mir. Wir rücken jetzt da hin. Oh, der ist, oh, unnormal weggemacht. Sterzig. Du musst ans große Ganze denken. Oh Gott. Es gibt hier noch eine Häusergruppe, ein bisschen weiter nördlich. Das heißt, wir rücken jetzt einfach auf, näher an den Feind. Warte mal hier, direkt rechts. Panther, Panther, Panther. Voll in den Rücken. Ich könnte eine Granate werfen. Ah, ah. Ich hab einen. Abschluss bestätigt. Der hat einen Headshot. Voll in die Fresse. Noch einen Headshot. Oh, hier kommen überall Granaten. Zwei Deutsche liegen auf dem Feld hinter der Mauer. Das ist eine schöne Granate mit... Na gut. Mal, bis der Baum mal der Hund. Dann lass uns Richtung Osten ausweichen und die große Route nach Foy nehmen, um den Brandherd herum. Bei Foy ist halt ein richtig schöner Kirchturm. Eingezeichnet auf der Karte. Echt, ja? Wo denn? Oh, da müssen wir rein. Okay, Lagebesprechung. C4. Da rennen wir nach Nord-Osten komplett diese Hecke entlang. Bis zur Straße. Ja, ja. Von der Straße püschen wir uns in Foy rein, in den Kirchturm. Schau mal hier. War das mal eine Kirche? Ja, das dachte ich mir auch gerade. Oh, ist das schade um den Kirchturm. Ja, ist echt schade, ey. Da hätte man sich richtig gut ein... Ach, nee, das war ein Strommast. Oh. Na gut. Ach so. So, ab jetzt. Hol die Pistole raus. Wenn wir jemanden ausschalten müssen, dann leise. Er kommt von der Straße runter. Na gut, du hast ja recht. Ich bleib jetzt einfach hinter dir. Ich piek hier ein bisschen durch die Ecken. Ach, hinter mir bleibst du, ja? Vollidiot. Oh, hier ist eine Flagge, Alter. Deutsche Flagge. Kannst du hier noch so ein Ding platzieren? Ja, das ist schlau, das ist schlau. Ja, ja. Na gut, dann hier. Na ja, das ist in Ordnung. Okay, jetzt vorsichtig, vorsichtig. Ich will dich nicht verlieren, okay? Pssst, ihr das deutsche Dorf. Da müssen wir vorsichtigen Fußes durchmarschieren. Hauptstraße ist sehr gefährlich. Wir könnten von Haus zu Haus rotieren. Ich sehe die Kirche, Scherzig. Okay, wir crossen. Los, Abfahrt. Mit mir nach. Schnell, schnell, schnell. Ich bin direkt hinter dir. Hopp. Pass auf, Mien auf. Guter Punkt, guter Punkt. Ich lege direkt eine. Scherzig? Jo. Gebäude gesichert. Mission erfolgreich. Jo, General Semrau. Neue Befehle. Wir sind jetzt hier in der Küche angelangt. Hinter feindlichen Linien. Wir haben Angst. Also, wir haben keine Angst. Nein, nein. Nein, natürlich nicht. Nein. Ich hab einen, ich hab einen. Wir haben einen Abschuss. Bestätige. Ja, aber wir suchen, wir suchen neue, neue Befehle. Bitte. Verstehe. In den Rücken. Oh, hier fliegen aber Schüsse durch die Gegend. General. Warst du das? Hast du geschossen? Scherzig. Ich hab dich gerecht. Ich hab dich gerecht. Die miese Sau ist da hochgekraxelt. Okay, Hanno, ich bin hier aus dem Lazarett wiedergekommen. Mir geht's wieder richtig gut. Die Kugel haben sie rausgebrochen. Ich hab noch eine. Schönes Ding. Ich hab neue Befehle von Semrau. Wir sollen jetzt einfach nur ein bisschen hinter die feindlichen Linien und denen ins Popoloch schießen, wenn du weißt, was ich meine. Aber wir können auch hier weiter Hack-Mack machen. Ja, klar. Hauptsache, wir töten Leute, würde ich sagen. Ich hab hier schon drei deutsche Scheiß-Nazis abgekriegt. Vierstöckiges Haus. Was? Ich bin sowas von dabei. Das ist es. Gib mir doch mal eine Sekunde. Ich bin gleich da. Ich werde hier richtig dreckig die Deutschen abä... Greife! Headshot! Ich hab ihn! Sehr gut. Was ne miese Sau! Egal. Wir schoßen wieder rein. Wie nicht? Yo, Hanno, ich bin zurück. Das Lazarett ist einfach insane. Ich sag dir, wie es ist. Ja, ne? Die kriegen ja nicht schnell wieder hochgetuddelt. Er ist da oben. Er ist da oben. Komm mal runter. Komm mal runter. Hau den weg. Ich seh niemanden. Okay. Unten, unten! Hau den weg! Hab beide! Hab noch einen. Oberm Fenster. Schönes Ding, der ist weggeklappt. Hab ich ihn? Ja! Boom! Wir sind die krassesten. Okay. So. Ja, so. Hä? Granat raus. Rauf! Charison zerstört. Weiter geht's. Immer vorsichtigen Schrittes. Da vorne war grad ein... Hab ihn, hab ihn! Schönes Ding! Wir schlagen hier überall zu, ne? Ja, 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 ja. Wir sind hier wie so ein kleiner Virus. Weißt du? Ja, ja. Man kriegt uns auch nicht weg. Okay, sieht gut aus. Keine deutschen Schweine. Aber pass bloß auf, die Kirche könnte besessen sein. Du platzierst deine Mine. Ich schau erst mal durch die Fenster. Das sieht... Ja, ich hab hier einige Minen platziert. Perfekt. Bro. Bro. It's every day, bro. Das ist ein gutes Lied. Buy them. Merch. Buy them. Merch. Oh, ich hab hier einen. Ab ihn. Plopp. Plopp. Die Dengen, die rennen hier überall rüber und es gehört alles denen. Oh, hoppala. Hoppala. Das war aber auch knapp. Das war auch knapp. Dann würde ich sagen, wir gehen hier mal hoch und gucken, ob hier ein paar deutsche Schweine sind. Ja, ja. Hier geht's noch nach oben. Echt, geht noch höher, Sterzig. Sterzig, das ist es. Komm her, was? Was hast du gefunden? Du kannst hier genau nach Sausandridge reingucken. Überall. Da ist ein Gegner. Warte, warte. Schieß ihn ab, schieß ihn ab. Hab ihn. Hab auch einen. Die spawnen hier alle. Granate, Granate. Oh, fast nicht. Oh Gott, die ist runtergeflogen. Die ist runter, alles gut. Oh. Die haben uns ges... Oh. 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 Geh. Einwandfreier Sound. Hier vor mir, Gegner in der Hütte. Hol ihn dir, hol ihn dir. Hab ihn, hab ihn. Erschossen, erschossen. Hat er vielleicht einen Kumpel? Wir können mal gucken, ob er... Pass bloß auf. Oh Gott. Was denn? Was los? Was los? Hier ist gerade ein Deutscher vom Himmel gefallen. Inno-Mini-Spotry. Infilitus-Sanktum. Der kam hier einfach vom Himmel gefallen. Hast du ihn erledigt? Nee, der kam hier einfach runtergefallen. Der war schon tot. Ja. Das ist ja komisch. Huh. Hab ihn, hab ihn. Hehehe. Spawner jetzt. Wir haben uns gegenseitig gekillt. Unnormale Aktion. Okay, das Haus ist immer heiß. Das ist immer hot. Wollen wir da mal rein? Hot summer. Ich will da mal rein. Oh, pass auf. Oh, lol. Hab ihn. Wie der gesprungen ist. Pass auf, dass hier kein Deuter auf dem Kopf fällt. Warte. Oh, jetzt bitte Augen auf und Konzentration. In die Hocke, in die Hocke. Ja, ja, ich bin in der Hocke. So, jetzt ist es wirklich heiß. Hot summer. Hot, hot, hot. Gonna be ya. Gonna be ya. Hot summer. Hot summer. Komm in die Stube. Oh, 20. Kleines Geschenk. Warte mal, hast du gerade geschossen mit dem Kabin? Nein, der ist hier drin. Der ist hier drin. Ich merke gerade. Oh ja, hallo. Plopp. Das hat einmal geploppt, dann ist er umgefallen. Schau mal. Der Helm ist nicht mehr existent. Hab ja auch einen. Sehr gut. Hier, Sterzig, kommt einer. Ich markiere. Wo, wo, wo? Zwei. Hopp. Da, weiter hin. An der Mauer. Okay, ich muss nachladen, nachladen. Ich schaue in die Optik. Da liegt er am Boden. Hinter der Mauer krabbelt jetzt nach vorne. Er wird gleich da rauskommen. Juhu, die sprinten da lang. Warte. Hab gleich freies Schussfeld. Wind steht. Da, jetzt ist er hoch. Ja, ich hab einen, ich hab einen. Liegt da. Dahin liegt auch einer. Und da. Ich markiere beide. Da, 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 da. Er guckt mit seinem Kopf. Schönes Ding, Harry. Schöner Abschuss. Danke, Hanno, fürs Markieren. Dein Adlerauge enttäuscht mich nie. Ja, ich hab ja die Optik. Die Optik. Startstärzig, da. Wo, 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 wo? Er schießt ihn. Das ist ein Sniper. Er schießt auf mich. Hast du ihn? Der lebt noch. Der lebt noch. Mein Mark... Oder? Nicht? Ich weiß nicht. Es könnte sein, dass ich ihn habe. Nee, einer liegt... Nee, warte. Da, da, da. An der Mauer. Hab ich ihn? Nein. Ja, jetzt. Voll in den Helm. Das hat Plopp gemacht. Da, sterzig. Schönes Ding. Wieder die Muschel abgeschossen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Die deutschen Schweine. Alter, die haben wir richtig kaputt gemacht. Oh, da kommt noch einer. Auf der Straße. Da vorne irgendwo. Warte, ich schmeiß da mal eine Nate rein. Oh, ich seh ihn. Hab ihn. Voll in die Hüfte. Jetzt weiß er, wo du bist? Ich glaube nicht. Der hat irgendwo... Oh, da ist noch einer. Markier gern. Hat's dich erwischt? Das Ding ist, die wissen halt nicht, wie krass unser Lazarett ist. Ich bin bald zurück. Du hältst mal die Position, gibst mir Deckung, ja? Ich rück jetzt hier vor. Offenes Gelände. Markier. Hab einen, hab einen. Da vorne, da vorne, da vorne. Okay, siehst du mich? Bewegung, Bewegung. Ja, ja. Ja, ich... Der ist sauer. Der liegt da und ballert mit der MG, bis er nicht mehr kann. Meist sieht die gar nicht aus. Ich schau mal, wo die ist. Der ist da nicht. Zwei Leute, da sind gerade ganz viele gespawnt. Pass bloß auf. Ich sehe sie genau vor mir. Noch einer irgendwo? Da. Hab zwei. Sehr, sehr gut, Hanno. Das nenne ich Soldat. Jetzt schmeiß ich da eine Nate rein. Und weg mit dem Laden. Garrison zerstört. Das war aber einwandfrei. Deutsche Kacknoobs. Deutsche Kacknoobs. So, ihr blöden Deutschen. Ich kriege da jetzt richtig einen auf den Löffel. Hier kommen die Yankees. Captain XX und Afterthought. Ich nenne uns auch... Afterthought. Boah, jetzt laufen hier aber überall Deutsche lang. Pass mal auf. Jetzt geht's los. Du musst jetzt mal markieren für mich. Hab ich. Boah, hier ist aber gerade ein Zugriff im Hof. Hier geht's richtig los. Hanno, was sagt dein Adlerauge? Einwandfrei. Der Panzer liegt brav. Oh ja, Schallanola. Oh, da ist glaube ich nur ein Deutscher durchs Bild gejagt. Salutieren, Jungs, ne? Sherman. Sherman. Ich räume... Oh, von wo? So, wir sind wieder da. Lazarett hat wieder gute Arbeit geleistet. Weiter geht's. Jetzt müssen wir... Ab nach Norden. Rotunewill. Hat's dich? Okay, Hanno. Wo stoßen wir durch? Hier ist eine tolle Straße. Die müssen wir einfach rauf. Ziel. Zwei Stück. Renn über die Straße. Da. Okay, warte. Versteck dich hinter der Mauer am besten. Oh, auf der Straße. Auf der Straße. Die hab ich. Die hab ich. Alles. Hab den zweiten. Oh. Der eine wurde weggemacht. Links. Ich markier's nochmal. Dort hinten. Hab ihn. Oh shit. Dich hat's erwischt. Da kommt einer näher. Links von der Mauer, aber nah an der Mauer. Den hab ich. Granate zischt. An meiner Leiche zischt es. Scheiße. Ja, Neville ist gleich eingenommen. Ich glaub, wir haben GG. Ich glaub, das sieht gut aus. Wenn ich jetzt mal nach Norden schau. Noville wird super gut eingenommen. Ich glaub, wir haben unsere Mission erfüllt. 5-0. Überrannt, die Deutschen. Und alles nur, weil wir die eine Garnision ausgeschaltet haben. Dank der Dog Company konnten wir das hier. So. Ne? Ne? Ja, ja. Jo, Semrau. Wir haben Mission erledigt. Haben ein paar Kills gemacht. Garnision erledigt. Wir sind der Grund, warum wir jetzt gewonnen haben. Wollte ich nur mal sagen, ne? Feu geht auf unsere Kappe. Und Susan Edge auch. So, was Henno sagt. Feu geht komplett auf unsere Kabbe. So, und wir beide wollen eine Medal of Honor. Ja, die Medal of Honor. Die Medal of Honor. Und gerne eine Stulle mit Leberbrust. Henno, super gutes Spiel. Die nächste Mission folgt. Gleichfalls, Brody. Die... Vielen Dank.